Die Bundesregierung hat am 4.9.2022 das dritte Entlastungspaket beschlossen. In diesem Zusammenhang haben mich in den letzten Tagen sehr viele Fragen erreicht. Eine Frage in den Kommentaren lautete, ich bin Rentnerin, bekomme ich die 300 Euro Energiepreispauschale im Dezember brutto oder netto ausbezahlt? Die Antwort erfahren Sie in diesem Video, bleiben Sie dran. Bekommen Rentner die 300 Euro Energiepreispauschale im Dezember brutto oder netto ausgezahlt? Diese Frage hat mich in den letzten Tagen sehr oft erreicht. Aber zunächst kurz in eigener Sache. Ich bin nominiert für den Black Bull Award 2022 in der Kategorie Steuergenie. Was ist der Black Bull Award? Der Black Bull Award ist ein Publikumspreis und ehrt alle Finanzexperten, die ihr Wissen engagiert weitergeben und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie für mich abstimmen und wir gemeinsam diesen Titel nach Hause holen. Wie stimmen Sie für mich ab? Das ist ganz einfach. Sie klicken unten in der Videobeschreibung auf den Link vom Finanzkongress.de. So gelangen Sie direkt auf diese Seite. Dort scrollen Sie bis ganz nach unten und klicken hier auf Steuergenie, dann auf Dirk Roth. Sie tragen Ihren Vornamen ein, Ihre E-Mail-Adresse und klicken dann auf Jetzt abstimmen. Nun bekommen Sie eine Bestätigungs-Mail. Schauen Sie natürlich auch in Ihrem Spam-Ordner nach. Gegebenenfalls ist diese dort gelandet. Ganz wichtig, diese Bestätigungs-Mail müssen Sie bestätigen, sonst wird Ihre Stimme nicht gezählt. Wenn Sie für mich abstimmen, erhalten Sie vom Finanzkongress kostenlos ein E-Book Spartipps 2022. Außerdem erhalten Sie kostenlos ein Ticket für den Finanzkongress, eine Online-Veranstaltung, die vier Tage geht mit über 30 hochkarätigen Speakern. Das Ticket kostet normalerweise 100 Euro. Und Sie nehmen an einem Gewinnspiel teil, bei dem Sie unter anderem eine Silbermünze gewinnen können. Aber wie schon gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme geben. Nun aber weiter mit dem eigentlichen Thema. Die Bundesregierung hat endlich beschlossen, dass auch Rentner die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Die Auszahlung erfolgt im Dezember durch die Deutsche Rentenversicherung. Und die Auszahlung wird brutto erfolgen. Das bedeutet, dass Sie im Dezember die Energiepreispauschale in voller Höhe, also 300 Euro, von der Deutschen Rentenversicherung ausbezahlt bekommen. Das ist so, weil die Rentenversicherung gar nicht berechtigt ist, Steuern einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Sie ist schließlich nicht Ihr Arbeitgeber. Das ändert aber nichts daran, dass die Energiepreispauschale einkommensteuerpflichtig ist. Das bedeutet, dass Sie die 300 Euro im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 angeben müssen. Sollten Sie aufgrund der Höhe Ihrer Rente und weiterer Einkünfte Einkommensteuer zahlen müssen, so erhöht die Energiepreispauschale Ihr Einkommen und in Konsequenz auch Ihre Steuer. Genauso kann es sein, dass die Energiepreispauschale dazu führt, dass Sie überhaupt erst Steuern zahlen müssen. Wie viel von der Energiepreispauschale bei einer monatlichen Rente von 1000 Euro, 1500 Euro und 2500 Euro übrig bleibt, habe ich Ihnen in diesem Video vorgerechnet. Ich wünsche Euch einen schönen Tag. Wenn Euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Falls Ihr weitere Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.